Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind nochmal bei den neuen Alien-Ruinen, bei den neuen Alien-Basen und ja, wir haben in der letzten Folge eigentlich woanders ausgelockt, aber ich bin gerade rein ins Spiel und schon stehe ich einige Meter weit weg. Mein Schiff hob gerade hier vorne ab. Das flog dann da irgendwo in den Orbit und Gott sei Dank hier ist noch Tag. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Planet mit einer eigenen Rotation oder ist der immer? Kann nämlich sein, dass der dann immer durch Zufall, könnte sein, der Sonne zugewandt ist, dass hier immer Tag ist. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber das Gute ist, wir nähern uns jetzt einfach mal diesem riesen Gebilde. Das ist der Wahnsinn. Ich bin immer noch enorm begeistert davon. Und man müsste das wirklich aus dem Raumschiff nochmal begutachten. Das ist ein Wahnsinnskomplex. Absolut genial. Ich fliege mal so nah ran, wie es irgendwie geht mit der Kamera. So ungefähr. Ein riesen Teil, ne? Und am liebsten würde ich mir ja die anderen auch noch anschauen. Aber kann mir da vielleicht von euch jemand sagen, denn ich habe mir keine weiteren Fotos oder Videos dazu bisher angesehen oder überhaupt dazu gesehen, ob die anderen ähnlich aufgebaut sind. Ich vermute fast, dass die vielleicht alle gleich aussehen. Kann das sein? Oder es gibt ja auch bei den anderen Ruinen. Sorry, ich habe von Alienruinen gesagt, ne? Ich meinte natürlich die Targuinenbasis. Oder was auch immer das sein soll. Sieht für mich auch teilweise aus wie so ein, weiß ich nicht, riesen Wrack von irgendwas. Jedenfalls kann mir jemand sagen, ob die anderen vielleicht tatsächlich einfach auch anders aussehen oder ob die wirklich alle gleich aussehen. Weil den Alienruinen jetzt wiederum, da gibt es ja dann doch verschiedene. Da gibt es dann die Alpha, Beta, Gamma Version, die dann alle einen anderen Aufbau haben. Oh, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe zwar noch 79% Rumpf, aber wir können es ja mal kurz ein bisschen reparieren. Boah, guck mal, da ist genügend da ein bisschen Eisen. Kann ich demnächst mal wieder mitnehmen. Wie viele Materialien habe ich denn? 917. Na gut, ein bisschen Platz ist noch. So, dann fahren wir noch mal hier hoch. Ich bin gerade wieder in der LiDangerous.de Gruppe unterwegs. Ich denke, man sieht es, oben ist ein bisschen was los im Chat. Da unterhalten sich gerade zwei. So, dann büße ich noch mal hier hoch. Da haben wir noch mal einen schönen Ausblick vom Rand. Ja, so ungefähr. Ich fahre noch mal hier hoch. Nicht, dass ich wieder mit jemandem aufs Raumschiff springe. Das habe ich heute ausnahmsweise mal nicht vor. So, ich parke jetzt einfach mal hier. Ja. Das ist schon ein Monster-Ding. Also ich weiß nicht, ob das eine Basis ist. Steht das mittlerweile hundertprozentig fest oder? Das sieht für mich aus wie ein Teil von einem übelsten Raumschiff einfach nur. Ich weiß gar nicht, was das für eine Form sein soll. Man denkt halt manchmal, da sind so ein paar organische Strukturen dabei. Es könnte aussehen wie so ein Wal. So in der Mitte. Ich meine, hier vorne liegt da noch wie so ein Gerippe rum. Ringsrum diese ganzen Zacken. Was halt auch aussieht wie, ja weiß ich nicht, wie die Wirbel oder irgendwie sowas. Also ganz merkwürdig, aber trotzdem irgendwie total fantastisch. Huch, geht schon runter. Gut. So. Bin ich schon wieder auf 86% runter, ja? Ich fahre jetzt mal da hinten hin. Das wollte ich mir mal anschauen. Halt. Aber dann schauen wir da. Oder fahren einfach mal so ein bisschen drumherum heute. Die anderen sind halt nicht so weit weg, ne? Ich hatte mir eigentlich eine andere Basis rausgesucht. Und ich bin dann zu der hier hingeflogen gestern. Weil halt im Deutschen Forum auch, da die Rede von war, dass hier ein paar wohl sein sollen. Und das war ja dann auch so, ihr habt es ja gesehen, da waren einige vor Ort. Und gerade auch mindestens zwei. Ja, auch nett mit dem Gasriesen dort vor uns. Ha. Tja. Sieht halt schon ziemlich geil aus, ne? Sieht halt schon meiner Meinung nach eher ein bisschen organisch aus. Die ganze Geschichte. Und da ist wieder so ein Scavenger. Da ist noch einer. Ach, guck mal. Ach. Hey, mach mal weiter. Was machen die denn hier? Was ist das denn? Ha. Sieht auch ganz nett aus. Ey, so ein Fighter hätte ich ganz gern. Die saugen da was ab, ne? Zumindest sieht es vom Strahl her so aus, als ob die hier Tja, was in sich aufnehmen. Oder? Ja, also es wird eindeutig von dieser Struktur Richtung Scavenger gezogen. Kann man mit Sicherheit relativ einfach abschließen, aber das mache ich nicht. Ich lasse die in Ruhe. Ich möchte es mir nicht als erster verderben mit den Targoiden. Falls die hier die beobachten, bestimmt aus sicherer Entfernung das Treiben der ganzen Commander hier vor Ort. Das ist aber auch riesig, ey. Ben Wolfmann, da fährt er hinten noch rum. Sehr schön. Oh, ne. Da oben komme ich nicht raus, oder? Nein. Nein, nein, nein. Oh, oh. Uff. Ich gucke ja gerade, ob ich hier vielleicht irgendwas finde, was man auch irgendwie aufsammeln kann. Also in der Basis drin. Gab es ja dann doch schon das ein oder andere zum Einsammeln. Ich habe übrigens in der letzten Folge Danke für den Hinweis. Als du es dann geschrieben hattest, war es mir selber klar, dass diese Unknown Probe keine unbekannte Probe ist, sondern eine unbekannte Sonne. Ja. So viel dazu. Ich bin sehr gespannt, wann denn endlich mal Details zu 2.4 auftauchen. Beziehungsweise wie das dann hier alles weiter geht noch. Und vielleicht tatsächlich neue Waffen oder halt ein spezieller, ich vermute fast, dass ein spezieller Ingenieur auftauchen wird. Der sich der Sache dann halt annimmt. Und man vielleicht nur mehr Waffen bekommt. Oder bekommen kann oder... Waffen upgraden kann mit einem bestimmten Effekt bei denen, damit die dann vielleicht was ausrichten können oder wie auch immer. Ich finde es auch mittlerweile ganz gut. Eine Weile dachte ich ja, okay, das dauert doch schon alles sehr, sehr lange, bis dann mal was Neues geschieht mit den Targuinen oder überhaupt mit den Aliens. Das ging ja immer alles sehr, sehr schleppend vor sich. Aber trotzdem, gerade diese Alienruinen, dieses Puzzle so zu lösen, das hat ja ewig gedauert. Da haben ja viele Leute auch aus dem deutschen Forum mitgemacht. Ich habe das alles... Achso, das ist eine ASP. Das hat alles mitverfolgt, aber selber nie Zeit gehabt, da wirklich mich mit auseinanderzusetzen. Weil das schon enorm viel Zeit in Anspruch genug. Genauso nie Geschichte hier wieder. Aber mittlerweile muss ich sagen, finde ich es echt okay. So wie die das implementieren. Immer noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Achso, das ist auch wieder ein Scavenger. Hier vorne ist wieder so ein kleiner Schlot. Da ist auch so ein großer. Da fahren wir gleich mal hin. Das ist die Stelle, da parken manche ihre Raumschiffe kopfüber drin. Habe ich mal auf dem Bild gesehen. Das sieht ganz witzig aus. Lass mal was testen. Huch. Moment. Ich prallt alles ab. Seht euch das mal an. Huch. Ach. Moment. Habe ich das jetzt richtig gesehen, dass ich mit dem Teil ein bisschen abheben kann? Hui. Das ist so ein kleines bisschen. Klasse. Was haben wir denn da unten? Klebt aber was Großes dran. Eine Metalligierung. Eine. Bringt relativ viel Geld, wie ihr seht. Und die kleinen. Da kommen ja dann gerne mal so kleine Sachen raus. In dem Fall Chrom einmal. Ja. Was ich mal liegen kann. Für mich aus jemand anderes mitnehmen. Somit fing das hier alles mal irgendwie an, diese Barnacles. Also hier, das sind diese organischen Strukturen plus diese Metalligierung. Da ging das so ein bisschen mit los. Eisen. Ja doch. Das nehme ich mal mit. Was halt so die ersten Strukturen waren, mit denen man was anfangen konnte. Wen haben wir denn hier? Ryan Barrel? Ich tupe. Und ein gelber SAV. Was da oben sieht halt. Ja, ich weiß nicht. Aus wie so ein Kopf. Oder? Oder wie so ein Brückenelement oder sowas. Das mit den drei Löchern da vorne drin. So, warte mal. Hier links war doch das Teil, was ich gerade meinte. Ach so. Aha. Doch. Da sind wir doch letztens noch rein. Gestern. Da hat uns hier jemand die Tür aufgemacht. Ich möchte jetzt auch nochmal hier hoch. Ah, war das zu schnell? Nö. Geht. Ups. Huch. Huch. Das spielt direkt wieder alles ein bisschen verrückt, wenn ich mich dem hier näher. Okay. Na komm, hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Juck. Nice. Komm ich da rein mit dem kleinen Buggy? Ich meine, zu verlieren habe ich ja nichts, ne? Mein Licht ist schon kaputt. Okay, also das verursacht auf alle Fälle eine ganze Menge Störung. Hatten wir gestern auch schon, dass dann das Interface so ein bisschen rumgesponnen hat, beziehungsweise so ein bisschen überlagert war. Na komm schon. Immer weiter höher. Nein, nicht umkippen. Nicht umkippen. Gerade so. So, warte mal, das packen wir. Das packen wir schon irgendwie. Erstmal bis hier. Jetzt muss ich mir die Sache erstmal von außen anschauen. Dass ich gerade kein Licht mehr am Magie habe. Huch, das war's im Weg. Bild kommt gleich wieder. So. Oh. Das sieht aus wie ein Ein- oder ein Ausgang oder halt beides. Oder halt eine Geschichte, wo dann verdaute Sachen rauskommen. Zum Beispiel. Ich vermute, das ist auch wieder so eine Art Tor, Tür oder was auch immer. Komm ich wahrscheinlich nicht mehr rein, oder? Wo stehe ich gerade aktuell? Da müsste ich mich ja so ein bisschen um die Ecke mogeln, aber das da kann man hier unten einfach durchfahren. Das passt von der Größe, glaube ich, gar nicht. Ist mir jetzt egal. Wir probieren das jetzt trotzdem. Mist. Da. Na komm. Na komm. Scheiße. Ach, verdammt. So kurz vorm Ziel. Aber die vertikalen Schubdüsen reichen nicht aus, dass ich hier komplett bis nach oben steige und dann einfach drüber fliege über die... Ey, das ist viel zu hoch. So, warte mal. Ich fahre mal zurück, dass wir hier wieder rauskommen. Huch. Junge, Junge. Äh. Auf alle Fälle sehr geil gemacht, ne? So, lass uns mal wieder ein Stückchen wegfliegen, damit mein Licht wiederkommt. So, da kommt es langsam wieder. Schöner Spielplatz. Dann fahren wir jetzt da hinten noch hin. So, repariere ich den Buggy noch mal. Ich habe bloß einen mit in der Anaconda. Deswegen gehe ich da jetzt rüber mal auf Nummer sicher, falls doch noch mal was Dummes passieren sollte. Und wer meine Fahrt- und Flugkunste mit dem Buggy kennt, weiß, dass das relativ schnell gehen kann. So, zum Beispiel. Ha. Das packen wir bis auf den Vorsprung. Ach, guck mal. Hier bauen die das auch so ein bisschen ab. Da hinten links hatte ich es gerade gesehen. Erstmal bis hier drauf. Wunderbar. Ich habe das Gefühl, das treibt mich ein bisschen weg. Davon. Da ist wieder so ein Scavenger. Der entzieht dem der Struktur auch wieder irgendwas. So sieht es zumindest aus. Das könnte echt zu einem Schiff gehören, oder? Ich komme nicht drum rum. Da unten sind wir. Da bin ich ja echt mal gespannt, was da rauskommt. Was das wirklich alles hier zu bedeuten hat. Ach, du Scheiße. Hier ist ja noch mehr. Okay. Also so ein Riesenschacht oder Tunnel. Ach so, das ist glaube ich die Struktur. Durch die wir vorhin schon durchgefahren sind, oder? Oder zumindest. Ja, so ähnlich. So ähnlich vielleicht. Noch mal hoch hier. Na komm. Oh, das ist ja noch mal hoch. Gibt es vielleicht noch mehr versteckte Eingänge irgendwo? Außer dort in der Mitte. Wir fahren da noch mal hin. Wir fliegen da noch mal hin. Gut gelandet. Auf wieder so ein kleiner Schluch. Wer kommt da hinten mit einer Python? Komm an, reiner Unsinn. Kennen wir auch schon. Auch wieder eine kleine organische Struktur. Kohlenstoff. Ja gut. Irgendwie, wie gesagt, mit den beiden unbekannten Sachen kann man die Tür öffnen. Oder halt von drinnen möchte jemand raus. Dann öffnen sich die Türen auch. So wie gestern. Na gut. Haben wir hier noch mal eine Runde gedreht. Ich gucke noch mal, ob ich noch mal ein paar Infos zusammen kratzen kann. Oder ihr schreibt die mir vielleicht auch schon. Unter das andere Video. Das weiß ich gerade aktuell nach der Aufnahme noch gar nicht. Und ja, dann schauen wir mal. Mal. Ich denke mal, das geht dann vielleicht morgen erstmal mit einem neuen Tutorial weiter. Höchstwahrscheinlich. Und ja gut. War es das für heute. Haben wir uns noch mal die Alienruinen angeschaut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.